Sterben, Tod und Trauer gehören zu den letzten Tabuthemen unserer Gesellschaft. Wir geben Anregungen und Orientierung für eine neue Kultur des Abschieds. Unser Haus, das Casa Vitam Admitamus, ist ein Ort der Ruhe. Hier haben Sterben, Tod und Trauer den Raum, den Sie in unserer heutigen Gesellschaft verloren haben. Mitten im Leben, in der Normalität des Alltags. Wir ermutigen und unterstützen Sie fachkompetent, herzlich und verständnisvoll in allen Fragen von Vorsorge und Bestattung.